Hier geht es weiter, ein weiteres Motorrad mit Beibagen sehen wir hier Thomas und Andrea Dengler aus Emendingen. Auch hier bei Zünder KS 600 mit dem Stülke-Beibagen, mit dem wunderschönen Edenspahl-Muster hier auf dem Blech. Und ja, man sagte zur Zünder KS 6001 grüner Edenspahl. Von diesem Teil, das hier im Koma steht, wurde aus Wehrmacht bestellt, Schrott in Polen gekauft, auf Zivil zu restaurieren. Und seit der Restaurierung 1998 über 60.000 Kilometer gefahren und damit auch über die Alpen hin und zurück nehme ich mal an. Vielen Dank! Kommt! Kommt! Der MCC macht natürlich nach vorne an den Chinebens und hier ist in der Wohnung. Hier ist neu! Kommt! 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 Untertitelung des ZDF, 2020